Der Entschluss zur Verkündigung Nun dachte ich, erkannt habe ich diese tiefe Wahrheit, die schwer einzusehen, schwer zu verstehen ist, die Friedreiche, die Erhabene, die alles Denken übersteigt, die Geheimnisvolle, die allein der Weise fassen kann. In irdischem Treiben bewegt sich die Menschheit, an irdischem Treiben erfreut sie sich und findet sie ihre Lust. Ihr wird deshalb dies schwer verständlich sein, das Gesetz von Ursache und Wirkung, die Bedingtheit alles Entstehens. Und auch dies wird ihr schwer verständlich sein, das Zur-Ruhe-Kommen aller Lebensvorgänge, das Ablassen von allem Irdischen, die Vernichtung des Durstes, das Aufhören des Verlangens, das Ende, das Nirvana. Wenn ich nun die Lehre verkündigte und man mich nicht verstände, hätte ich nur Mühe und Verdruss davon. Und so neigte sich mein Geist dazu, in Ruhe zu verharren und die Lehre nicht zu verkündigen. Da erkannte Brahma Sampati meine Gedanken und sprach zu sich selbst, zugrunde gehen, ach, wird die Welt, wenn sich der Geist des Vollendeten, des Heiligen, völlig erwachten dazu neigt, in Ruhe zu verharren und die Lehre nicht zu verkündigen. Und er verschwand so schnell, wie ein starker Mann seinen gekrümmten Arm ausstreckt oder seinen ausgestreckten Arm krümmt aus dem Brahma-Himmel und erschien vor mir, entblößte seine eine Schulter vom Mantel, kniete nieder, erhob seine zusammengelegten Hände zu mir und sprach, Erhabener, Pfadvollender, verkündige die Lehre, es gibt Wesen, die nur wenig von irdischem Trachten erfüllt sind, wenn sie die Lehre nicht hören, gehen sie zugrunde, sie werden die Lehre verstehen. Als ich die Bitte Brahmas vernommen hatte, betrachtete ich aus Mitleid mit den Wesen mit dem Blick eines Erwachten die Welt und ich sah Wesen, die nur wenig von irdischem Trachten erfüllt sind, und andere, die mächtig davon erfüllt sind, scharfsinnige und stumpfsinnige, schöne und unschöne, verständige und törichte und solche, die in Scheu vor Übeltat und vor der anderen Welt leben. Gleich wie in einem Lotus-Teich einige Lotusblumen in der Tiefe des Wassers leben, andere bis zum Wasserspiegel dringen und wieder andere aus dem Wasser emporragen und vom Wasser unbenetzt dastehen. Und ich sprach zu Brahma-Sampati diesen Versspruch. Geöffnet sei das Tor der Ewigkeit. Wer Ohren hat, vertraue meinem Worte. Ich führte, um zu meiden, Zank und Streit, noch nicht die Menschen zu der Wahrheit-Pforte. Da sah Brahma-Sampati, dass ich ihm seine Bitte gewährte und die Lehre verkündigen würde, und er verneigte sich vor mir, umschritt mich ehrerbietig und verschwand. police Verwollt Verwollt